Wir den Initianten gegenübertreten. Ihr habt noch viel zu lernen, wenn ihr euer Volk gegen das Schaar verteidigen wollt. Macht Platz für eure Mitschüler. Sollte einer unterliegen, wird ein anderer seinen Platz einnehmen. Mal hören wir überall und haben mal so einen Dock drauf. Okay, das ist immer so spannend. Ihr habt unsere unerfahrensten Schüler bezwungen. Jetzt müsst ihr euch gegen zwei der Besten behaupten. Fliegender Schnee, duftender Lotus, redet vor. Ihr habt meine begabtesten Schüler bezwungen. Vielleicht seid ihr doch von Nutzen. Wie mein Meister einst sagte, nur im Kampf lernt ihr eure Gegenüber wirklich kennen. Tretet vor, sodass wir einander gebührend vorgestellt werden können. Nun gut, Fremde. Zeigt mir eure wahre Stärke. Ihr habt noch viel zu lernen. Wie soll ich das bitte heilen, ey? Du musst schon weggehen. Mann, ey. Wopsler, ja. Wopsler, ja. Wopsler ist nichts weiter als eine Manifestation kriegerischer Stärke. Ich werde euch geistige Macht zeigen. Das lehnt immer noch auf. Das lehnt immer noch auf. Als ich klein war, konnte ich kaum richtig zuschlagen. Doch nach Jahren der Übung habe ich viel dazu gelernt. Das lehnt immer noch auf. Das lehnt immer noch auf. Ach, verdammt. Und schon wieder verkackt. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. zur Entfernung. Oh mein Oh, wer pullt denn hier alles, Leute? No! Ich kann das noch nicht wirken. Ich kann das noch nicht wirken. Ich kann das noch nicht weinen. 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 Ich kann das noch nicht wirken. Ich kann das noch nicht weinen. 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 Ah, da rennt er wieder hin. Es gibt EP! Passt schon! Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So schade für Level 88 rechts noch nicht. Der Hass wird alles erobern und verzehren. Ich brauche ein Ziel, ich kann das noch nicht wirken. Boah Leute ey, wisst ihr, wenn man das down macht, dann hat man es echt...